Huuu, äh, Dehner. Moin moin und willkommen zu einer dritten Folge Sims 2 Ultimate Kollektion. Ähm, ja. Ja, ich weiß noch nicht wirklich, was ich heute mache. Ich weiß nur, dass ich heute Lust habe zu spielen. Info, mal gucken, was da steht. Irgendwie nichts. Ah, Superheldin. Ich weiß nicht, was da steht. Denn... Naja, dann betreten wir mal das Grundstück. Alter, dieser Hase. Ich weiß nicht, was das soll. Rangspielen. Ich möchte wissen, was der hier will. Küssen? Na, dann bin ich ja mal gespannt. Aber endlich hat mein Sim wieder Freunde und hat Freude und überhaupt und... Schmuse-Hits. Ich verstehe das nicht, was der hier will. Alter, dieses Häschen ist komisch. Wo kam das her? Kann mir das jemand sagen? Wo kam das her? Und was willst du jetzt hier? Zerstampfen? Was denn? Sind da auch Hasen oder was? Alter, was machst du da? Kannst du mir das mal sagen? Und wo willst du hin? Kümmer dich mal um deinen Hund. Alter, kümmer dich mal um deinen Hund. Warte. Und wo ist er denn, der Hund? Da ist er da. Da ist er. Liebhaben. Na, gehst du zu deinem Hund? Na, geh. Na, geh. Geh schon. Was denn? Keine Tür. Was denn? Alter, was willst du? Was hast du bitte für ein Problem? Dein Hund ist da auch reingekommen. Warum bist du so traurig? Ich versteh das nicht. Weil ich der Hase nicht geküsst hat, oder was? Och, was ist denn mit dir los? Ich möchte echt mal wissen, wo der Hase herkam. Ja. Alter, ist das ein süßer Hund? Oh. Das ist schon morgens. Ich hab immer noch nicht geschlafen. Ich hab irgendwie voll die kurzen Haare, ne? Ich hab irgendwie voll die kurzen Haare, ne? Sieht voll scheiße aus. Na ja, immer hat er das ein süßer Hund. Na ja, immerhin hab ich Spaß. So, und was willst du? Okay, nichts. Haha. Fast vom Stock getroffen, aber egal. Partyveranstalten. Sandwich essen. Paarberatung lernen. Paarberatung lernen. Okay, ich glaub nach dem Gassi gehen sollte ich duschen. Alter. Hast du dir die Schulter ausgerenkt, oder was? Nicht so wie ich. Auf einmal, Alter. Oh, ist das kalt grad. Was ist das? Ach so, ich verstehe, du versteckst den Stock. Haha, der Hund denkt, der fliegt und du versteckst den. Ach, sei doch nicht so gemein, jetzt geh mal Gassi. Okay. Wie redest du denn mit deinem Tier? Okay. Ach, da sind sie schon wieder. Na gut. Äh, dann geh ich mal duschen. Und, äh, frühstücken. Gefüllte Waffeln. Gefüllte Waffeln. Oh, der Hund ist so süß. Ich glaub, so einen hätte ich auch gerne in echt. Aber auf dem Bett legen ist doch eigentlich nicht gut. Aber gut. Was sei es. Kaffee kochen. Getränk holen, aha. No, 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 no. Ah, jetzt haben wir wieder die normale Klamotten an. Aber ich glaub, deine Frisur ändere ich mal. Oder? Kann man nicht die Frisur ändern und, was ist denn das, Hausmädchen? Ähm, und den Hut behalten? Das wär geil. Ja, was willst du denn? Ja, Reinigungskraft, okay. Hallo. Ja, aber nicht den Hund verjagen, die Dame da hinten. Kaffee trinken. Essen. Hahntrank. Diese mussten schon wieder auf Klo. Aus dem solltest du mal jemanden kennenlernen hier. Einen Typen oder so. Da ist schon ein Typ. Begrüßen. Handschlag. Oh, es brennt schon wieder. Das kommt davon, wenn man die Sachen auf dem Herd stehen lässt. Feuerwehr, komm jetzt! Hallo? Feuerwehr! Alter, schreit doch nicht so rum. Ruf die Feuerwehr! Boah, schreit doch nicht so rum! Ruf die Feuerwehr! Boah, schreit doch nicht so hysterisch rum! Boah, schreit doch nicht so hysterisch rum! Boah, gleich! Boah, schreit doch nicht so rum! Boah! Boah! Mein Mann! Guck mal, Autor! Boah! 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 Hooh! Boah! Na, endlich! Ich dachte immer, die Feuerwehr kommt automatisch. Boah! Boah, der Herd ist schon weggebrannt. Na, ganz doll. Boah, seid doch nicht so hysterisch. Meine Fresse, das ist nur Feuer. Boah, der Herd. Nur noch Asche. Wie jetzt? Du schläfst? Naja, okay. Mach mal. Dann kaufe ich einen neuen Herd. Oh Mann. Äh, was kaufen wir für einen Herd? Herd anfeuern. Den. Ist die Feueralarm nicht richtig drauf, oder? Ne, warte. So auch nicht. Ne, warte mal. Ich muss mal näher dran gehen. Nein. Eigentlich solltest du direkt übern Herz sein. Aber naja, okay. So geht's auch. Und was ist das hier? Käfig auffüllen. So, dann solltest du trotzdem auf Klo... Dann solltest du dir ein... Äh, Mittagessen... Ups. Tier wählen. Sind das jetzt Märzschweinchen oder Mäuse? Klo... Ne, Hamster, ne? Ich find den ja voll süß. Wie nennen wir den denn? Ähm... Hm... Dehner? Unge? Eddie? Den? Ne, Den haben wir ja schon. Hu, äh... Dehner. Ne, keine Aktion. Dehner, füttern, spielen. Dann immer noch am Mittagessen zubereiten. Fertig, Gericht. Was denn? Denn bist du nicht glücklich? Aussehen ändern. Spielen mit Dehner. Aha. Ach, wie süß. Ah, okay, das ist ein Hamster. Ach, wie süß. Ach, niedlich. Das ist ja voll niedlich, das Tier. Ja, süß. Och Mann, ist das süß. Quitsch, quitsch. Wie jetzt? Was isst du denn da jetzt? Aha. Du solltest deinen Hund mal füttern. Dein Hund hat Hunger. Ja, ach du Armer. Ja. Sofort. Alter, mach doch das alles später. Juhu, der hat was zu essen. Juhu, der hat was zu essen, der arme Hund. Juhu, jetzt kannst du schon essen, ne? Juhu, du solltest trotzdem mal dein Aussehen ändern, wenn du dann ausgepennt hast. Okay, ich möchte nämlich, dass du neue Haare bekommst. Aber den Hut behalten, das wär geil. Ach, das wär so geil. Den Hut behalten, nur mit einer anderen Frisur. Boah. Aber irgendwie geht das nicht. Na gut, dann nehm ich Rasterzöpfel. Come on. Alter, das ist auch geil. Haha, ist ja Hammer. Ich mein, die Frisur ist ja gar nicht mal so schlecht. Allerdings... Könnte man das ges... Haha, alter, guck mal. Ne, danke, also. Gott, wie sieht das denn aus? Hammer. Hammergeil! Das gefällt mir voll gut. Das ist doch auch geil. So. Umziehen. Alltagskleidung. Abendessen. Nudeln mit Käsesauce. Ja, 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 die Frisur ist so geil, ey. Oh, was hast du denn für ein Problem? Hallo? Hast du keinen Arbeitsplatz, oder was? Dann räum doch auf! Räum auf! Dann bereite zu und dann geh duschen. Und dann... kannst du nochmal deinen Hund beglücken. Und dann reicht's für diese Vorelge. Rebi ist ein Meisterkoch, hat sich einen Kochpunkt verdient und kann jetzt ein neues Gericht zubereiten. Yeah! Was war das, Käse? Ach so, nur den in Käsesauce. Okay. Aber weh, du lässt es wieder auf dem Halt stehen. Oh! 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 Ja! Äh, diesmal nicht! Das also... Essen tust du auch noch okay! Kannst du gerne machen! Paarberatung lernen! Alter, rülpst nicht. Du bist ein Schwein. Meine Fresse. Man kann sich auch verherrschen, wa? Alter, und wie du frisst? Hast du keine Manieren gelernt? Meine Güte, echt. Ich glaube, du hast echt keine Manieren gelernt. Ja, dann geh duschen. Später räumst du das auch noch weg. Alter, diese Haare. Ich finde das so geil. Ich glaube, ich würde das in echt auch gerne tragen, aber... Man kann ja nicht alles haben. Also geht die Uhr von der Kaffeemaschine falsch? So, und danach gehst du schlafen. In Schlafanzug bitte und nicht in Unterwäsche. So, jetzt geh mal einen Hund beschäftigen. Was machst du noch mal? Toben, also... Bevor du schläfst, solltest du dich noch mal um das andere Tier kümmern. Und dann schlafen. Und dann war's das auch für diese Folge, weil... Irgendwie geht die Zeit voll schnell rum. Ja, der schöner Hund. So einen Hund hätte ich, glaube ich, auch gerne. Der ist voll süß. Und wieso? Kannst du, ähm... Kein Müll mehr in deine Wohnung packen? Oh, das ist voll süß. Alter, ich finde das Tier voll süß. Knutsch, Knutsch, Knutsch. Das ist so ein geiles Tier. Ich hätte aber gerne mehr Schweinchen, ehrlich gesagt. Und nicht nur, ähm... Ein Hamster. Also ich meine, ähm, in Sims. Okay, dann war's das. Für heute und, äh, beim nächsten Mal geht's weiter. Okay, bis dann. Tschüss.